Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einem neuen Short Video. Heute geht es um Ansaugtrichter. Wir erheben da jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weil wir jetzt nur in einem kurzen Video mal ein bisschen Überblick geben wollen. Deshalb, es ist nicht alles hier mit drin und es ist so einfach wie möglich erklärt. Ansaugtrichter sind ja der Part in der Airbox, der auf der Einspritzanlage bzw. auf den Ansaugkanälen draufsteckt. Das sind diese wunderbaren Dinger hier. Das heißt, Luft kommt durch die Ram Air-Kanäle hier in die Airbox rein, drückt sich durch den Luftfilter und ist dann hier in der Airbox drin und soll hier runter. Serienmäßig sind da diese Dinger hier drin. Außen sind zwei sehr kurze, die sind nur so lang. Also nur das hier oben guckt raus und in der Mitte zwei längere, die hier so in die Richtung gehen. Das ist ganz einfach dem geschuldet, wie das Motorrad grundsätzlich abgestimmt ist, dass das Motorrad auch auf der Straße schön fahrbar sein soll etc. pp. Es gibt jetzt die Faustregel, je länger die Trichter, desto mehr Drehmoment. Das wäre dann der Fall bei diesen hier, die wir haben mal für den Straßenbetrieb gedacht. Denn je länger die Trichter sind, desto mehr Druck, desto eine größere Säule bildet sich hier drin und desto mehr Druck in mittleren Drehzahlen und von unten raus kriegt man, grob gesagt. Bei kurzen Trichtern ist der Effekt, einfach so viel Luft wie möglich durchzuschleusen. Deswegen je kürzer der Trichter, desto mehr Topend, je mehr Spitzenleistung. Je länger der Trichter, desto mehr Midrange und Bums von unten raus. Ist so die Faustregel. Hier hat uns jetzt der Lukas geholfen, weil viele Trichter, die man kaufen kann, die sind halt einfach gedreht und dann sehen die schön aus und dann ist das gut und die bringen bestimmt auch was. Aber diese Trichter, die sind jetzt wirklich mal mit Solidworks auch vernünftig Flow berechnet und kommen direkt aus dem 3D-Drucker. Wir zeigen euch jetzt mal ein paar Bilder, wie so eine Flow-Berechnung aussieht. Wir haben uns da jetzt auf eine Länge entschieden, die ein bisschen länger ist als die Kit-Trichter, damit eben auch ein bisschen die Charakteristik nicht ganz so spitz wird, weil je kürzer die Trichter, desto spitzer wird auch das Ansprechverhalten. Auf jeden Fall ist das jetzt mal unabhängig von der Airbox-Geometrie, weil um das auszurechnen, bräuchte man noch viel mehr, der bestmögliche Weg, möglichst viel Luft reinzukriegen im Motor. Und möglichst viel Luft heißt ja auch möglichst viel Kraftstoff mit dazu, möglichst viel Bang, möglichst viel Power. Deswegen diese Trichter aus einem 3D-gedruckten Kunststoff, der bis 120 Grad völlig stabil ist, der auch benzinfest ist, weil das unterschätzen viele, wenn sie solche Dinger bauen, dass wenn hier die Einspritzdüsen rausspritzen, die oberen, die ja auch immer Benzin abkriegen. Und da haben wir uns auf Racing4Fun auch mit jemandem unterhalten, der meinte, beziehungsweise ich glaube auf Facebook, der meinte, passt da auf, dass das hier auf jeden Fall benzinfest ist, sonst bröckelt das. Aber das ist jetzt auf jeden Fall unsere Lösung. Der Lukas bietet die auch an. Also falls da irgendjemand Interesse dran hat für eine schmale Mark, also weniger als solche gedrehten Teile kosten und weniger, viel, viel, viel weniger als die 3, 4, 500 Euro, die Kittrichter kosten. Deswegen eine geile Sache. Wir werden die auch noch auf dem Prüfstand testen. Aber das mal zum Thema Ansaugtrichter. Falls ihr da noch irgendwelche Fragen dazu habt, wir können auch noch mehr Themen zur Airbox behandeln, weil wer sagt, da steckt keine Power drin, der lügt. In der Airbox, also Luftfilter, Ram Air Kanäle, Ansaugtrichter und Geometrie steckt nämlich richtig, richtig viel Power, die man freisetzen kann. Also falls da Fragen oder Anregungen gibt, gerne in die Kommentare. Ansonsten unsere schönen Trichter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.